Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es noch mal um LEDs in Home Assistant, denn bisher habe ich da ja immer auf ESP Home gesetzt, aber ich wurde auch des öfteren darauf angesprochen, schau dir doch mal WLED an. Bei WLED handelt es sich um eine Firmware für den ESP, die darauf ausgelegt ist, verschiedenste Arten von LED Stripes anzusteuern. Neben dem großen Spektrum an verschiedenen LEDs, die unterstützt werden, bietet es aber auch direkt ein riesengroßes Spektrum an Animationen, die euch zur Verfügung stehen. Es sind inzwischen auf jeden Fall weit über 100 Animationen zur Verfügung. Ich weiß nicht mehr genau wie viele. Könnt ihr aber gerne in der Dokumentation mal nachsehen. Verlinke ich auch alles wie immer unten in der Videobeschreibung. Jedenfalls wollte ich meine Nanoleaves, die ich damals mal in einem Video vorgestellt hatte, für alle, die das noch nicht gesehen haben, verlinke ich oben in der Infobox. Könnt ihr euch gerne mal ansehen. Diese wollte ich auf jeden Fall gerne auch bei mir im Stream aktiv verwenden. Zum Beispiel als Benachrichtigung über neue Abonnenten oder über Donations und und und. Und ja, das war mir mit ESP Home eben nicht möglich. WLED hingegen wurde von Lumia unterstützt. Also habe ich mir WLED einmal angesehen und muss sagen, es ist schon echt einfach und bietet verflixt viel. Und deshalb wollte ich euch da meine Erfahrungen nicht vorenthalten und euch jetzt einmal kurz zeigen, was ihr mit WLED alles anstellen könnt, wie es in Home Assistant einbindet. Ja, aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Das einzige, was ihr braucht, ist ein ESP, also eine NodeMCU D1 Mini oder ähnliches und eine LED Stripe mit ein paar Kabeln. Dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Also würde ich sagen, starten wir direkt mit dem technischen Aufbau, den ich euch hier mal eben kurz am Schaltplan erkläre. Hier seht ihr jetzt die Homepage, beziehungsweise genauer gesagt das GitHub Repository von WLED. Hier auch nochmal alle Features auf einen Blick, genauso wie die unterstützten Control Interfaces. Das könnt ihr euch alles ja mal in Ruhe ansehen, wenn euch das interessiert. Auf dieser Seite finden wir auf jeden Fall einen Link zum Wiki für dieses Projekt. Da klicken wir einmal drauf und im Wiki direkt auf der ersten Seite finden wir einen Quick Start Guide. Heißt, hier kriegen wir kurz und knapp erklärt, was wir tun müssen, um das Ganze ans Laufen zu kriegen. Und hier finden wir genauso auch einen Schaltplan. Hier sehen wir einmal die Variante für normale 5V LED Stripes, genauso wie die Variante für 12V LED Stripes. In beiden Fällen wird hier empfohlen, einen Level Shifter zu verwenden. Hier oben in der Beschreibung können wir aber schon lesen, wenn die Leitungen nicht kurz gehalten werden können, und zwar die Leitung zwischen dem ESP und der LED Stripe, dann sollte man einen Level Shifter verwenden. In meinem Fall habe ich den weggelassen und direkt die LED mit der NodeMCU verbunden und das funktioniert in meinem Fall auch tadellos. Allerdings sind die Kabellängen dazwischen auch vielleicht 10 cm, aber sicherlich nicht viel länger. Der Unterschied von diesen beiden Schaltungen, also 5V und 12V, liegt einfach darin, dass wir bei der 12V Variante die Stromeinspeisung hinter dem ESP separat nochmal anschließen müssen. Ground ist dabei von beiden Stromkreisen, also vom ESP und von den LEDs miteinander verbunden. Die 12V Plus Leitung hingegen geht nur in die LEDs. Bei den 5V LEDs ist das etwas anders, denn hier können die LEDs und der ESP vom gleichen Netzteil betrieben werden. Bei mir, also ohne den Level Shifter, sieht die Schaltung dann in etwa so aus. Da ich kein Netzteil gefunden habe, habe ich hier jetzt einfach mal so einen Vierer-Batterieblock als Stromquelle eingezeichnet. Das steht jetzt einfach für unser Netzteil. Dieses Netzteil speist einmal den Strom in die LEDs als auch in die NodeMCU und der Data-Pin der LEDs hängt am D4 und optional, wer möchte, kann am D3 der NodeMCU noch einen Taster anschließen, der, wenn der Taster gedrückt wird, Ground auf den D3 schaltet, also diesen Pin Low zieht. Und dadurch haben wir dann nachher auch noch die Möglichkeit, über diesen Taster die LEDs ein- und auszuschalten bzw. die Farbe zu wechseln. Was der Taster genau macht, lässt sich dann in der Software nachher auch noch einstellen. Nachdem ihr jetzt eure LED-Stripe mit der NodeMCU verdrahtet habt und gegebenenfalls noch einen Taster angeschlossen habt, kümmern wir uns jetzt darum, die Software auf die NodeMCU zu bekommen. Dafür wechseln wir mal eben runter ins Büro. Wenn man jetzt in dem Quickstart Guide weiter schaut, sehen wir im zweiten Punkt geht es um das Flashen der Software und hier haben wir zwei Möglichkeiten und zwar einmal die fertige Binary zu flashen oder alternativ das Ganze aus dem Quelltext heraus zu kompilieren und hochzuladen. Da ich in der Regel keinen Bedarf habe, an der Firmware noch etwas zu ändern, gehen wir jetzt einfach mal den Weg, die fertige Binary zu flashen. Also klicke ich hier einfach mal kurz drauf und hier sehen wir Flashing Methode 1 ESP Tool. Das ist ein Python-Skript, mit dem sich Binarys auf den ESP hochladen lassen. Ich persönlich bevorzuge die Flashing Methode 2 und zwar das Flashen mit dem ESP Home Flasher Tool. Dabei handelt es sich um eine grafische Oberfläche, mit der wir in der Lage sind, die Binarys auf den ESP zu flashen. Macht das Ganze finde ich noch ein bisschen angenehmer. Für Windows benötigen wir, falls noch nicht mit einem ESP gearbeitet wurde, auch erstmal noch den Treiber. Den finden wir hier auch nochmal an der Stelle verlinkt. Das heißt, ich klicke jetzt hier einmal auf ESP Home Flasher Tool. Dann kommen wir hier direkt auf die GitHub-Seite vom ESP Home Flasher und können uns hier die Excel-Datei für Windows herunterladen oder eben für Mac oder für Ubuntu die entsprechend ausführbaren Dateien. Ich wähle jetzt hier mal die Windows X64 Variante. Dann können wir die Seite auch schon direkt wieder schließen und müssen jetzt nur noch die richtige Binary-Datei runterladen, um sie auf unseren ESP hochladen zu können. Welche Binary jetzt die richtige ist, das sehen wir hier unten. What binary should I use? Und hier wird nochmal genau erklärt, welche Binary-Datei für welches Board geeignet ist bzw. welche Besonderheiten diese Binarys denn haben. Also für alle, die wie ich eine NodeMCU oder ein WMOS D1 Mini benutzen, wir benötigen die WLED unter Strich, dann die Versionsnummer und am Ende ESP8266.bin. So und diese Binarys, die finden wir unter den Releases. Die sind hier rechts direkt verlinkt. Binarys and Releases. Da klicke ich mal drauf und wenn wir jetzt mal schauen unterhalb von der Beta, da finden wir jetzt aktuell Version 0.12.0. So und da finden wir auch hier die Datei wled0.12.0.esp8266.bin. Und die lade ich jetzt einfach mal runter. So jetzt seht ihr hier unten, ich habe beide benötigten Dateien runtergeladen, die EXE und die Binary-Datei. Also führen wir jetzt die EXE-Datei einmal aus. So und hier seht ihr das Flashing-Tool, aber wir haben noch keinen ESP hier oben erkannt. Wir haben noch keinen seriellen Port erkannt, denn die NodeMCU ist noch nicht am PC angeschlossen. Das hole ich jetzt einmal nach. Dann klicke ich hier einmal auf Aktualisieren und jetzt sehen wir hier haben wir COM7. Das ist unsere NodeMCU, die wähle ich aus. Klicke hier auf Browse und dann sehen wir hier die gerade heruntergeladene Binary-Datei. Diese wählen wir hier als Firmware und jetzt klicken wir nur noch auf Flash ESP. So, wir sehen Leaving, Hard Resetting, dann Flashing ist complete. Also der Flash-Vorgang hat funktioniert und somit ist unsere NodeMCU jetzt mit der WLED-Firmware einsatzbereit. Nachdem wir nun die Firmware auf unsere NodeMCU geflasht haben, sollte diese einen WLAN-Accesspoint bereitstellen und zwar mit dem Namen WLAN-AP. Das Standardpasswort, um auf diesen Accesspoint zu verbinden, sollte lauten WLAN1234. Also versuchen wir das doch jetzt einmal. Wir öffnen hier einmal unsere Netzwerkliste und dann sehen wir hier auch schon WLAN-AP. Diesen wählen wir einmal aus, klicken auf Verbinden und werden nach dem Netzwerksicherheitsschlüssel gefragt. Hier tragen wir also ein WLAN1234, bestätigen mit Enter und wir sehen hier kein Internet gesichert. Wir sind also mit dem WLAN-Accesspoint verbunden und daher geben wir jetzt hier oben einmal die IP-Adresse 4.3.2.1 in die Adresszeile unseres Browsers ein und dann kommen wir direkt auf die Web-Oberfläche von unserer WLED-NodeMCU. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, Wi-Fi-Settings oder To the Controls. Wir möchten aber unsere WLEDs auch in unserem eigenen WLAN-Netzwerk haben, also wählen wir direkt Wi-Fi-Settings aus und können jetzt hier oben unsere SSID eintragen. Darunter geben wir dann noch das Passwort ein. So und da ich DHCP einsetze, lasse ich hier die Felder frei. Ihr könnt hier alternativ natürlich auch eine statische IP-Adresse vergeben. Hier nochmal die Einstellungen für den Access Point, der aufgemacht wird bei dieser Einstellung, wenn er nicht in das oben eingestellte WLAN verbinden kann. Das können wir aber alles so lassen, wie es ist und ich klicke einfach auf Save & Connect. Jetzt startet das System neu und verbindet in unser WLAN. Er versucht jetzt hier die Seite neu zu laden. Das kann natürlich nicht mehr funktionieren. Jetzt seht ihr, diese Webseite ist nicht mehr erreichbar. Natürlich nicht. Die IP-Adresse 4.3.2.1, die bezog sich ja auf den Access Point. Da die NodeMCU jetzt aber in unserem eigenen WLAN ist, hat sie auch dementsprechend eine neue IP bekommen. Entweder können wir jetzt über Apps wie Fing oder über unseren Router die IP-Adresse herausbekommen von dem Gerät oder wir haben uns den Namen gemerkt, der eben als DNS-Name da stand. Und zwar war das WLAN-57ECD7.local. Ein HTTP Doppelpunkt Doppel Slash davor und ich drücke einmal Enter und wir sind in der Oberfläche von WLAN. Diese Oberfläche wird also jetzt von unserer NodeMCU bereitgestellt und wir können jetzt hier schon die Farben einstellen. Auch hier unten über die Slider. Hier haben wir Farbvorauswahlen oder auch verschiedene Effekte. Was wir jetzt aber als allererstes machen müssen ist, wir müssen das ganze System erstmal weiter konfigurieren. Denn er weiß ja noch gar nicht, was haben wir für LEDs, wie viele LEDs und so. Also gehen wir hier mal auf Config und wählen als erstes LED-Preferences. Das wichtigste, denke ich mal, ist die Anzahl unserer LEDs. In meinem Fall sind es 99 Stück, denn ich habe bei meinen Nanoleafs 11 Dreiecke mit je 9 LEDs. Hier kann man noch angeben, was der maximale Spitzenstrom sein soll, was natürlich auch noch extrem wichtig ist. Was für einen LED-Typ benutzen wir überhaupt? In meinem Fall sind es SWS 2812b, also passt das. Die Farbreihenfolge GRB sollte auch korrekt sein und der Pin 2 stimmt in meinem Fall auch. Wenn ihr euch an das Schaltbild von eben gehalten habt und eure LEDs mit dem Data-Pin an D4 angeschlossen habt, ist Pin 2 korrekt. Denn GPIO 2 ist unser D4 an der NodeMCU. Habt ihr eure LEDs an einem anderen GPIO angeschlossen? Dann müsst ihr hier den entsprechend richtigen Pin auswählen. Aber Achtung, wie gesagt, das hier ist die GPIO-Angabe und nicht die Angabe, die eventuell bei euch auf der Platine steht, wie zum Beispiel D4. Wie gerade schon gesagt, D4 ist in dem Fall GPIO 2. So, den Rest können wir hier eigentlich schon so lassen. Da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf Speichern. Die Einstellungen werden sofort übernommen und wir landen wieder im Menü. Dann habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für das User Interface vorzunehmen. Und was für den einen oder anderen vielleicht auch noch interessant sein könnte, der nicht unbedingt auf Home Assistant setzt, ist zum Beispiel der Punkt Sync Interfaces. Hier habt ihr die Möglichkeit, diverse Broadcast-Einstellungen vorzunehmen. Der Alexa-Sprachassistent wird unterstützt. Ihr könnt hier also eine Alexa-Emulation aktivieren. Darüber ist es möglich, wenn ihr dann sagt, Alexa, finde Geräte, dass dieses Gerät eben automatisch auch von Amazon Echos gefunden wird. Ihr könnt das Gerät an MQTT anbinden. Dafür müsst ihr nur hier eure Broker-Zugangsdaten eintragen oder alternativ könnt ihr das System auch mit einer Philips Hue Bridge verbinden. Diese ganzen Einstellungen interessieren uns als Home Assistant User aber eigentlich gar nicht, denn wenn ich jetzt hier einfach mal auf mein Home Assistant wechsel, dann sehen wir hier unten schon eine Benachrichtigung. Und wenn ich da mal draufklicke, sehen wir, er hat ein neues Gerät erkannt. Wählen wir also mal Check it out und dann sehen wir hier sofort in den Integrationen, hat er unser WLED-Gerät bereits erkannt. Ich klicke auf Konfigurieren, sage Absenden. Wir wählen noch als Bereich in meinem Fall das Büro aus und ich sage Fertig. Ja und das war es auch schon. Die WLEDs sind in unser Home Assistant fertig integriert, ohne irgendetwas zu konfigurieren. Ich gehe einfach mal in die Übersicht auf den Bereich Beleuchtung, sage Benutzeroberfläche bearbeiten, Karte hinzufügen und wähle jetzt einfach hier mal Schaltfläche aus und wenn ich jetzt hier nach WLED suche, dann sehen wir hier auch schon Light.WLED. Das wähle ich einfach mal aus, sage speichern und jetzt haben wir hier die Möglichkeit unsere Lampen ein- und auszuschalten. Genauso können wir hierüber natürlich auch die Farbe einstellen, sagen wir jetzt einfach mal grün und die Farbe spiegelt sich auch hier in diesem Symbol direkt wieder. Was bei WLED wohl der absolute Vorteil im Gegensatz zu ESP Home ist, ist die Liste an Effekten, denn die ist gefühlt endlos. Wenn ihr das hier euch mal anguckt, also hier gibt es jede Menge Effekte, durch die ich hier durchscrollen kann. Also ich denke hier hat man jede Menge, was man erstmal ausprobieren kann, womit man erstmal mit rumspielen kann. Hier habe ich auch noch mal die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen oder eben die Farbtemperatur. Aber ich stelle es hier noch mal eben kurz auf grün und wenn wir jetzt noch mal die WLED-Oberfläche aufrufen, sehen wir auch, jetzt ist das Ganze hier auf grün. Wenn ich jetzt hier auf rot stelle und ich wechsle wieder nach Home Assistant, sehen wir aktualisiert der auch auf rot. Stelle ich jetzt hier auf pink, gehe wieder zurück, stehen wir hier auf pink. Also ihr seht, unsere NodeMCU mit WLED ist jetzt vollständig in Home Assistant integriert und kann ab sofort in Automatisierungen und in der Oberfläche vollständig verwendet werden. So viel zum Thema WLED in Home Assistant einbinden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen. Solltet ihr doch noch irgendwelche Fragen haben, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren oder kommt doch direkt mal bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, ansonsten findet ihr den auch noch mal oben in der Infobox. Auf unserem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Haussteuerung, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und 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 diskutiert. Wenn euch die Themen also interessieren, schaut gerne mal rein. Würde mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch. Abonniert auch direkt den Kanal, falls noch nicht geschehen und klickt auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach bis zum nächsten Video. Ciao!